Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Dieses Mal spielen wir Loreley und ich warne euch schon mal vor, das ist ein etwas härterer Tobak, aber sehr, sehr spannend. Ich habe das schon einmal gespielt. Allerdings ist das schon eine Weile her. Darum kann ich mich wahrscheinlich auch an viele Dinge nicht mehr erinnern, aber wir werden sehen. Das ist ein etwas, das ist ein etwas. Soll ich es. Even this pouring rain is trying to warn me. But I have no choice. I'll keep going back. For now. And then I'll leave Rosemary Lane forever. I deserve a better life. Ja, dann wollen wir mal. Ja, sie hat gerade von ihr Zuhause gesprochen. Natürlich. Ich bin zurück. Verlorene Tochter? Alles klar. Die sieht aber selber ganz schön verloren aus. Kapitel 1, die verlorene Tochter. Those old ladies always talk bollocks like that. Bloody mental, aren't they? Want to talk about it? Ähm, nee. No, I really don't want to. Alright. Fair enough. Can't make you talk, can I? But just so you know, I'll be here if you change your mind. Warte, ist das ein Pfeilchen? Hat er dich wieder geschlagen? Sicher. Ich sprech sie mal darauf an. Wait. Ist das ein Pfeilchen? Ist das ein Pfeilchen? Ist das ein Pfeilchen? Ist das ein Pfeilchen? Ist das ein Pfeilchen wieder? Warte, ist das ein Pfeilchen? Ich traf auf den Kürbchen. Es ist kein Problem. Warte, ist das? Warte, ist das? Ich bringe ihn um. Meinetwegen. Bitte sei vorsichtiger. Ich weiß nicht, ich bringe ihn um. Ich werde ihn töten. You'll do no such thing. Leave him alone. No. Not after this. Look, this is nothing for you to worry about. I've left you some dinner in the kitchen. Go, fill up your tummy, grab a bath, and we can talk about it later. Yeah? What's for dinner? It's chicken curry. Yum. Yum. Okay. Ist das ein Kinderfoto von Lorelei? Das ist ihr Zimmer? Das ist ein Schlafzimmer. Mother sleeps in there with that man. Oh, shit. Bethany! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist ein guter Plan. Okay. Wir müssen uns dringend unterhalten. Sieh dir die Wohnung mal an. Sie ist ein einziges Durcheinander. Und das bist du auch. Ja. Aha. Deswegen muss man sich doch nicht wie ein Arschloch verhalten. Er ist nutzlos. Ruiniert unser Leben. Es tut mir leid, aber er ist ein süchtiger, ein krimineller und ein arbeitsloses Stück Scheiße. Er ist ein krimineller. Er ist ein krimineller. Er tut uns wie ein krimineller. Er tut uns wie ein krimineller. Und die einzige Grund, du bist mit ihm ist, ist das kleine Krimine in deinem Raum. Er hat eine kriminelle Krimine in deinem Raum. Er hat eine kriminelle Krimine in deinem Raum. Was? Es ist nicht so leicht, wie du denkst, Lorelai. Nein. Es ist sehr leicht, Mom. Zwei einfache Schritte. Schritt 1. Du verbringst John. Schritt 2. Wir verraten, was von dieser Familie ist. Du und ich. Ich will nicht heute Abend darüber sprechen. Ja klar, lass uns weiter so tun, als wäre alles gut. Geht's nicht weg. Ja, sicher. Lass uns weiter so tun, dass alles groß ist. Ich werde nicht auf das hören. Jetzt geh in die Kitsche und dein Essen. Und bitte, äh auf der Tafel, wie eine zivilisierte Person. Mom. Ich fühle mich aber auch an. Ja. Aber der Appetit ist ihr bestimmt vergangen. Der Kühlschrank. Die letzten paar Wochen. Es hat viel öffnet, die letzten Wochen. Sch***er Mikrowave-Food. Danke für den Erfolg, Mom. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Leertaste. Um das Inventar zu öffnen. Hier ist schon mal eine Mikrowelle. Eine Schublade. Und ein Abtropfgestell. Scheinen wir nicht? Scheinen wir nicht? Es gibt keine schulden Wäsche. Eine Gabel. Die brauchen wir. Okay. Achso. Moment. Also C. Und das. Done. So. Achso. Ja, also erst mal da reinpacken. Ich hoffe, das geht gut. Aber sie hat jetzt einen Parkraum. Ich glaube, das ist alles klar. Ich werde ein neues Leben beginnen. Und sie werden mich nie wieder sehen. Ach so, hat sie das jetzt im Inventar? Okay. Okay. Kombinieren mit dem Tisch? Nein. Aber... ...einfach so benutzen? Ja, das wollte ich doch gerade. Ach, das war der falsche Platz. Okay, okay, okay. Dad always made his own curry. The things were good back then. Das kann ich mir vorstellen. Das war's. Ich bin mir vor. Ich habe den Rettung. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, dann. So, das Baby schläft. Hier ist ein Spiegel. Okay. Beenden. Dann schauen wir da mal rein. My little treasure. It never bothered me that I found it in the skip. Maybe now that I have a job, I can buy an iPod. But I'd still miss this old friend. Maybe later. It's my bathroom towel. I leave it here in case John tries to use it. Aha, okay. Sicher ist sicher, ja. Okay, das hat sich jetzt eingepackt. I have to keep it in my room so nobody else uses it. Ja. Schon klar. Sylvia and me do not get along. She keeps taking my headphones. You alright, Sylvia? Okay. Nice headphones. But please ask me next time you want to borrow them, yeah? My safe little haven. Gut, dann ab ins Badezimmer. That's a bathroom in there. Hier hängen auch noch Handtücher. These belong to Mom and John. I'm not using these. I don't want to catch anything. Na, du hast ja auch dein eigenes Handtuch. Müssen wir das jetzt da benutzen? Ja. Okay. Ich gehe mir mal kurz ganz schnell einen neuen Kaffee holen. What did she call me? A prodigal daughter. Did a prodigal daughter come back to cry for forgiveness? Well, once I'm gone. I'm never coming back. Ever. Ever. Can't wait. I'm coming through. So, da bin ich wieder. Ja, der Typ kam jetzt einfach ins Bad rein. Verrückt. Völlig verrückt. They're both doing my head in. Ja, das glaube ich. That I know what I need. Music. Junkie brush. This music is the only thing louder than the screaming inside my head. Hm. Kenne ich. Kenne ich, kenne ich. Musik ist immer gut. Also. Maybe now that I have a job, I can buy an... Oh, I don't want to wake Bethany up. Ah, ja. Where's my headphones? Die Sylvia hat ja deine Kopfhörer. Benutzen. Und dann... Leertaste, Kopfhörer... Ich weiß nicht, warum hatten die jetzt das Handtuch immer noch hier? Naja, egal. Great. The batteries on the headphone is dead. Oh no. I think there should be some spares in the kitchen. Hm. Müssen wir das Handtuch irgendwie noch aufhängen? Aber sie meinte, sie nimmt es ja immer mit ins Zimmer, ne? Naja, keine Ahnung. Achso, die Küche war ja hier links. Schubbladet. Batterien. All right, Gorgeous. You smell like a brewery. Wunderschön. Wunderschön. Do you want some? No, thanks. Well, that's more for me, Ed. What are you up to? She's getting some batteries. Batteries? Nah. Wow, that all makes sense now. What does? These strange vibrations every night come from your room. These walls are thin, you know? They're for my headphones. No need to lie. It's very normal. You know, when a girl like you gets to a certain age. But if you need any help, you know? Ach, du Scheiße. Pig. Was für ein Psycho. Okay, jetzt bin ich ein bisschen raus. Jetzt muss ich erst mal überlegen, was wollte sie machen. Genau, sie wollte Musik hören. Ach so, genau. Die müssen wir jetzt natürlich erst mal... Da reinmachen. Und dann... Kannst du dich ins Bett legen? Das ist nicht wirklich, was die Kopfhörer für. Wie? Ach so, ich muss ja die Kopfhörer wahrscheinlich hier irgendwie anschließen. Kombinieren. Benutzen. So, jetzt... Jetzt kann sie sich hinlegen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung. BR 2018 What a dream. Okay, ihre Schwester schläft. Da ist alles in Ordnung. You're nothing but a stupid bitch. That's what you are. So call me that. Shut your damn godwoman. Do you know what the problem is? You. Nagging. Mom. Always nagging. So shut your stinking mouth, will you? Hello. John. I'm begging you. Bethany's crying again. What did I just say? You fucking deaf or something. For fuck's sake, aren't you going to do something? I haven't done anything wrong. Oh, you know bloody well what you did, Miranda. You are grateful, stinking bag of shit. You got it all wrong, John. See, that's what I'm talking about. You're nothing but a stupid bitch. That's what you are. Don't call me that. Shut up. Lorelai träumt immer noch. Und wir können nicht zum Baby. Naja. Jetzt haben wir es kurz nach 10. Ich bin so glücklich, dass du hier bist, Babys. Ich habe diesen schlussenden Höhlen. Und Beth schreit wieder. Bitte schreit sie für mich, würde ich? Uff. Das werde ich, aber ich kann sie nicht finden. Du bist viel zu alt für Babys. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Du hast wegen der ganzen Zigaretten, die du rauchst, solche Kopfschmerzen. Das kann natürlich gut möglich sein, wenn die so viel qualmt. Du bist zu alt für Babys. Was warst du denn eigentlich? Ich... Ich weiß nicht. Ich liebe Bethany. Du weißt, ich mache. Sie ist meine kleine Sister. Und es ist nicht ihr Falt, dass sie hier ist. Aber du solltest du besser wissen. Nichts zu sagen? Du bist hier dann. Ich mache alles. Wie immer. Oh Mann. Oh Gott, ja. Das wird jetzt hier eine Katastrophe. So. Das ist sehr schlecht. Und ich glaube, das ist auch so, dass man hier, egal welchen Hebel oder welchen Knopf man benutzt, das nicht funktioniert. Ich nehme einfach mal die. Aber wie gesagt, es ist eigentlich egal. Was hast du getan? Es ist das falsche Lever, Lorelei. Ja, klar. Bethany! Das ist schlecht. So, hört denn der Traum jetzt auf oder passiert noch was? Zack? Morgen, Lorelei. Do you know what time it is? It's like six in the morning. Yeah. I stayed up. I got something for you. Was ist es? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich sollte gehen. What is it? It's, um, well, they said it would rain today, so I thought I'd give you this. An umbrella? Ach. Yeah. I thought, well, you don't really want to get drenched on your first day of work. Ich liebe ihn, danke. Aber ich habe aus dem Fenster geschaut. Nicht eine einzige Wolke am Himmel. Ja, okay, vielleicht wird es aber noch regnen. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall nehmen wir den Schirm und freuen uns einfach. Ich liebe es. Danke. Ich hoffe, es bringt dir Glück. Das ist sehr süß von dir, Zack. Passiert wenigstens mal etwas Schönes. Okay, ich bin dann mal weg. Ich möchte nicht zu... Ach, scheiße. Ich bin weg. Ich wollte eigentlich das unternehmen. Ich will nicht zu lange sein. Bis bald, Zack. Egal. Bis bald, Zack. Lorelai? Ja? Hast du... Ähm... Du weißt... Hast du schon einen Freund? Vergiss es. Es ist nichts. Ja. Wirklich. Ehm... Hab einen tollen Tag, ja? Tsch-Cherio. Alles mit dem Regenschirm war wirklich niedlich. So. Dann... gehen wir mal... weiter. Und schon wieder so ein... merkwürdiger Raum. Die hat ja anstrengende Träume. Interessant. Okay. Das... sieht nicht... gut aus. Leave her alone! I can't leave her alone. She's holding some fucking secret and I want to know it. She's not even got a scratch on her. Was für ein schrecklicher Traum. Es ist ein toller Start in den Tag, nicht wahr? Naja... Ich will versuchen, mit ihr zu sprechen. Ich will versuchen, mit ihr zu sprechen. Ja... Solltest du... Solltest du... Solltest du... Irgendwie müssen wir die doch... ...aufwecken... ...oder? Geht das... Geht das denn überhaupt? Ist irgendwas passiert? Es geht um John nicht. Was meinst du? Was meinst du? Ja... Mhm... Es geht um John, nicht wahr? Was? Nein... Ich bin einfach nicht gut. Ich werde gut in einem Moment. Eigentlich... Nein... Ich sage dir die Wahrheit. Du willst du es hören? Mhm... Ja... Ich liebe dieses Leben. Ich liebe mich auf die Sonne von Beth, zu grünen. Ich liebe John zu trinken. Ich liebe John zu trinken. Er ist... ... für die Geld wir haben, bis zum Ende des Jahres. Ich liebe dich? Wir sind tot. Wir sind tot. Ich liebe dich! Ich liebe dich, das stinkenckige olden Flatt. Ich liebe dich, das blöde Rain... ... All the time! I can't even take Vessor, so we stay at home and she's bored and she's being a fucking nightmare! And I hate your nagging! That disappointed face you make every time I feel shit! Yes, Lorelei. I even hate you. Eh, eh, okay, ehm. Hm. Ah, I don't know. Mom. I just wanna be alone for five fucking minutes! Is that too much to ask? Oh, my God! This is all so fucked up. Let's face it, I am never getting away from here. Dad always knew what to do. He'd have said, imagine there's a secret door, right here in your room. I can't see him. I can't see him. I don't wanna go yet. I don't blame you. I don't blame you. It's probably the most beautiful place in the world. Right here. Give me one of your riddles, Dad. A riddle, eh? A riddle, eh? All right. Listen up. I can't see him. My mirror image is never that far. I have five different points, like a star. While I have no mouth that I can employ, I do make a song filled with joy. I can't see him. I can't see him. I can't see him anymore. I can't see him anymore. Too easy, Dad. The answer is.... Hand! Ducati... You're a clever young lady, aren't you? Ducati well. Du bist gut, Dad. Ich weiß es. Lorelei. Ich habe es auf TV gesehen. Es gibt Menschen all die ganze Zeit. Well, Dr. Myers is a great oncologist, they say. So who knows? It's going to be a hell of a ride, though. For Mom. And for you as well. But you're big enough to deal with it. I know you are. But how can you deal with your dad dying from cancer when you're just 12 years old? Oh man, that guy is really insane. Was ist denn los? Mach nicht so einen Krach. Lass Mama in Ruhe. Alone? Sure. Your sorry arse mother has locked herself in the bathroom and refuses to talk. So I might as well have a drink and wait for it to come to her senses. I'm going away now. You happy? You will have a good chat about this when you come out, you stupid cow. Mom? Mom? You okay in there? Mom? It's not funny. Please, say something. I'm... I'm really getting worried now. Something's wrong. I can feel it. I need to get this door opened. But how? Mom's locked it from the inside. Maybe Zach will know, what to do. Okay. Okay. Dann mal nichts wie raus hier. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ah ja, da wohnt er. Okay. Okay. Then I nodded off in my room, and that idiot John woke me up, banging on the door like a maniac. Mom locked herself in the bathroom, and I feel something's wrong. Like she's hurt or something. Please, Zach. I don't know what to do. Maybe she just wants to be alone. No. I know her. She would just yell at me to go away. But she's saying nothing at all. That's not like her. Right. What if she fainted? We need to call an ambulance. An ambulance? Let me tell you something about my family. We couldn't call an ambulance. Okay, I have my clients for that. Let me tell you something about my family. We are a scum. The flat is in such a state. If the ambulance comes, they'll see all that shit. Do you understand? They'll put my little sister in a foster home. And I'll never see her again. Shit. My mom is crazy. My stepdad is a stinking drunk who keeps perving on me. I heard he sells weed to kids at school. Yeah. I know. But you're not like them. Look. We're wasting time. Please. Help me get the bathroom open so we can see if she's alright. Okay. We're going to pick the lock. We just need a screwdriver and some wire. Alright. Sounds good. Have you ever done it before? Sure. Lots of times. In the Skyrim? Are you sure he's not going to wake up? No. That's the bathroom. Cool. Now I need a screwdriver and some wire. Like a paper clip or something. Wait. You don't have it. Um. No. I don't believe I do. Well that's just great. I thought you were the lock picking expert. An adept at most. But I can do it. I just figured you'd have a screwdriver at home. Most people do. Does it look like we do a lot of DIY around here? But wait. Dad had this cool Swiss army knife. I'm pretty sure it had a screwdriver in it. Can you find it? I think mum put it away with the rest of his stuff. Hide in my room and wait for me. I'll go and have a look. Your room? Okay. Sure. Alright. A screwdriver and a wire. Shouldn't be too hard to find. Hoffe ich. Genau da oben ist es. Habe ich es doch richtig in Erinnerung gehabt. I can't reach. I need to get up on something. Ja. Dann nimm mal den Stuhl. Everything that's left of Dad fits in that one dusty box. Dad kept his most precious things in that box. Dad kept his most precious things in that box. It's locked. Auch das noch. Hm. 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 Okay, hier können wir gar nicht zonen. Vielleicht hat sie den Schlüssel für die Kiste im Schlafzimmer. Hm, auch nicht. Ich habe nicht einen Mann in meinem Raum seit Jeremy zu helfen in 7th Graben. Okay. Ich bin sorry, es dauert so lange, Zack. Na, doch nicht so. Ich war einfach nur mit Ihren Schlafzimmern. Sie sind gut. Das alte Stoff, bitte. Achso, ja, da war er zu. Da kann also auch nichts sein. Dad hat seine sehr precieste Dinge in der Kiste gehalten. Hm. Eine Wäscheklammer. Das ist doch schon mal gut. Können wir die Wäsche aufhängen? Können wir die Wäsche aufhängen? Was habe ich jetzt? Achso. Okay. Untersuch. Das ist Mom's cardigan. Ich denke, was in die Pockets ist. Ich denke, was in die Pockets steht. Mother? Let's search your Pockets, the way you've always taught me not to. Was haben wir hier? Eine Kleine? Eine Tezko-Packis. Eine Partially dissolved Cigarette? Eine Cigarette? Yuck. Mom's Keys. Score. Okay, sehr, 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 sehr gut. So, Spüssel kombinieren mit der Gäste. Jetzt bin ich gespannt. Ah, das Schweizer Taschenmesser, genau. Dad kept his most precious things in that box. Was steht da? Original Video? Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall von The Cat Lady. Was ich dann übrigens wahrscheinlich nach diesem Let's Play spielen werde. Genau, dann gehen wir mal hier. Ah, ich glaube, wir dürfen. Zack, I found my dad's Swiss Army knife. But I don't think we have any paperclips. It doesn't have to be a paperclip. Just some wire I can bend and use as a lockpick. Ja. Ja? There's a wire coil on the clothes peg I got from the laundry room. Ja. That might work. Show me. Ja. This should do. Give me a sec. I'll try to get it out. Okay, gut. Müssen wir das irgendwie noch kombinieren? Oder geht das so? Achso, genau. Dann müssen wir das erst hier machen. Here we go. You happy with that? And? I think we do it like this. Benutze den linken Stick oder die Pfeiltasten auf der Tastatur, um den Dietrich zu bewegen und den Benutzenknopf für den Schraubenzieher. Und was genau soll da jetzt passieren? Achso. Shit! Dude! It broke! Oh no! Well, thanks, Zach. I've searched the place up and down for all this stuff and it's done fuck all. No, no. No, you know I would have done anything for you. There's... There's something else. Plan B. But first, Lorelei, are you absolutely certain that your mother is in there and that she's in trouble? What do you want to do, Zach? John is going to kill us. It'll be fine. I promise you. Was sollen sie denn sonst machen? Oh Gott, wie kann die das denn ihrem Kind antun? Hättet ihr das nicht wenigstens irgendwo draußen machen können oder so? Ah, es tut mir so leid, meine Mutter. Wie kommt es drüber, das Auto? Bitte, lass es mir lieber einfach so draußen. How could you do this to me? So this is what you've been up to, Miranda? Offing yourself, eh? Well, that's fine, moi. I was sick to death of you anyway. Just look at that bitch, ain't you? Hey, here's one for the family album. Where's the camera? I want to capture this beautiful moment. Hey! That's enough! And who... the fuck... are you? Leave them alone! Huh? Alright. Alright. Calm down, mate. You break my door. I'll break your fucking skull. You get it, mate? Das ist alles deine Schuld, Zach. Ich bin nicht unverdammter Lerner. I'll kill you, you son of a bitch! You'll pay for this! What the... Fuck. Fuck. Fuck! 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 Musik 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 War das gerade eigentlich noch ein Traum? So, ich werde es jetzt auch erstmal bei dem ersten Kapitel belassen. Ähm, ja, und ich lasse jetzt kurz den Anfang noch laufen für das zweite Kapitel und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin! Bis dahin!